Einen wunderschönen guten Tag! Möchten Sie eine Tromagott-DVD kaufen? Nö, nö, nö. Eigentlich Milch, ich brauche es. Dann habe ich genau das Richtige, um Sie umzustimmen. Okay, ich kaufe sie, ich kaufe sie, ich kaufe eine, ich kaufe eine Tromagott-DVD, ich kaufe eine Tromagott-DVD, ich kaufe eine Tromagott-DVD. Danke. Ich habe eine. Yeah. Halt, 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 halt. Noch nicht wegklicken, noch nicht wegklicken. Ich habe euch was zu sagen. Und zwar steht ja Weihnachten vor der Tür. Ja, 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 ich bin ein geriesener, kleiner Geschäftsmann. Ihr wisst doch schon, was ich jetzt sagen werde. Ihr wisst bestimmt, was ich euch zu sagen habe. Ja, aber ich habe mir gedacht, weil Weihnachten vor der Tür steht, werde ich den Preis meiner Tromagott-DVD reduzieren. Und zwar nur vor Weihnachtszeit. Nach der Weihnachtszeit wird der Preis wieder 20 Euro sein für die Tromagott-DVD. Genau. Und zwar reduziere ich den Preis nicht auf 15 Euro, nein, auch nicht auf 12 Euro, nein, auch nicht auf 11,50 Euro, nein, sage und schreibe auf 10 Euro. Ja, ja, von 20 Euro auf nur noch 10 Euro ist der Preis reduziert worden. Ihr könnt euch diese Tromagott-DVD mit allem, was da drin ist. Klipperfiguren, Audio-CD, DVD mit ganz vielen Menüs und Extras. Ich kann sie auf Wunsch auch signieren lassen von mir. Diese könnt ihr haben für nur 10 Euro. Viele haben ja auch gesagt, Mensch, oh mein Gott, dein Shop funktioniert nicht. Ich habe auf Bestellen geklickt und nichts ist passiert. Schreibt mir einfach eine PN auf YouTube oder auf meine E-Mail-Adresse, weil auch immer. Und dann könnt ihr die für 10 Euro haben, die DVD. Ja, das ist jetzt so quasi vor Weihnachten ein Angebot für euch. Nach Weihnachten kostet sie wieder 20 Euro. Also überlegt es euch gut, ob ihr die kaufen wollt oder nicht. Also wenn ihr die Toilette hätte, ich würde sie mir kaufen. Gut, das Video geht weiter, also bleibt ruhig dran. Ich wollte für Soda angehen. Hehehehe. Aufhören! Ach, ich war ja nicht zu. Yeah, die Attack of the Droma God DVD. Ein wunderschönes Paket, ideal zu Weihnachten. Los, komm, vermöbel ihn trotzdem. Und, wie viel hat er dabei gehabt? Naja, müssen wir noch 3 weitere aufsuchen. Was ist mit ihnen? Möchten sie nicht auch eine Droma God DVD? Hehehehe. Naja, verkauft sich besser als Michael Bay Filme. Hehehehe. Fucking Father. Vielen Dank.